Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Wir sind in, wie soll ich gesagt, auf Umherum Terra. Ich möchte noch kurz shoppen, einmal noch, um zu schauen, ob es doch noch irgendwas gibt, das wir für uns nutzen können, beziehungsweise für uns von Nutzer wäre. Dip, 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 yo. Schön wäre es, wenn man Elixiere kaufen könnte. Na, die brauche ich auch nicht kaufen, ehrlich gesagt. Wir haben unsere Heilerleins dabei, das muss genügen. So, wir haben das alles gemacht. Nix. Gut, es könnte sein, dass wir trainieren gehen müssen. Ich bin mir jetzt sicher, ob es hier Viecher gibt, ich muss mal kurz testen. Ich weiß das gar nicht mehr. Sollte dem so sein, wäre das hier ein prächtiger Ort zum Trainieren, weil die Viecher sind stark. Oh ja, gibt es was. Das ist fein. Ich möchte nämlich gerne, ähm, wirklich mal jetzt ein, zwei Parts, muss man kurz mich umsetzen, also umrücken, umrücken, umrücken. Möchte ich gerne mal trainieren tun. Jawohl. Denn wir sind leider Gottes doch ziemlich schwächlich. Wir haben auch nicht alle Fähigkeiten, bei weitem nicht. Und, äh, die wollen gelernt werden. Mord wollen. Ja. Die wollen gelernt werden. Oh, oh, warte. Oh, oh, diese Mannschaft. Ich. Oh, oh, oh. Mir gefällt die Figur auch sehr gut. Ich flieh müde halt. Ja, ja. Der hat bis jetzt... Wolle, die Waldfeld. Ich glaub, da kann man mit Vorheger gleich nach... ...und einmal das M-Schwert nutzen, oder? Dann wird's die beiden mal wieder entklingen haben. Die alte Aufstellung, sozusagen, wie am Anfang. Na, wo's war das jetzt? Ich würd' sagen, die Wiesel, die Bibi, die Bibi. Die Tidlili, die Pfeil und so. Und so. Na, wo's? Wo? Jo? Voll egal. Acklinge. Acklinge. Hm? Das kannst du dich doch sehen lassen, oder, meine Lieben? Das ist doch da. Da, da, da. Oh, jetzt bricht er mal zusammen. Sauber. Schade ist, dass nur eins von den Pfechern ist. Da wären zwei echt kaputt gewesen. Boah, das ist ein schöner Dolch. Da, da. Steir hat den denn abgereicht. Ja? Die Steine hab wir gemacht. Sehr schön. Und ein bisschen Gelb. Hier zu trainieren könnte durchaus mühselig sein, ne? Ich habe echt gehofft gehabt, dass jetzt so ein Pferd oder so kommen tut. Oje! Wenigstens auf Level 45 oder so. Wenn der Letzte hier in dem Team auf Level 45 ist, dann würde ich hier weitermachen. Storymäßig. So, dann müssen wir mit Eiska, oder? Vielleicht bringt das auch was. Wir rufen Rami. Schaut es aus, Damage-mäßig. Boah, jup, wir haben es gefunden. Wir machen Eiska. Das gut. Macht die gute Damage. Aha, schwebt in der Luft. Jetzt wird der Schreckblitz. Oh, wohl, vielleicht mehr Schaden. Da muss ich... Oh, wie ist die? Und, und, und? Boah, das war für die, das war für die Schuss. Das ist für die Schüsse. Die Mager. Und, 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 und... Na... Und der gute Bibi! Huip! Reca! Hih!? Huu! Rufe! Heil brauchen wir nochmal nicht, wenn ich wieder auf Lif이야 gehen. Macht ihr doch im Moment entspannt. Während der Tag ist ja grauslich. Ui, auch Steiner muss sich aufpassen. Und hin ist ab. 4.300 bis zu dem Rücken. So wie, was? Ach, nicht dein Ernst jetzt, oder? Wupp, wupp, wupp. Nachträglich hat es mich gerade schockiert. Steiner hat ein Bacillus irgendwie so was drauf. Das muss weg. Ich denke mal mit... Boah, ich muss... Warte, kurz. So. Ich glaube, mit dem wird es weggehen. Ja. Muss ich mir merken, sobald es drauf ist, sofort heilen. Muss ich mir jetzt echt merken. Das war jetzt nicht gut. Huch. Entschuldigung, das wollte ich gerade auch nicht. Ich gehe in den nächsten Raum. Lauf, lauf, lauf. Vielleicht sind hier stärkere Gegner. Lauf, lauf, lauf. Ich weiß, es gibt spannende Ress. Aber ich will mich ein bisschen auf Galant vorbereiten. Und wenn wir dann, ja, Richtung Endgegner gehen, da ist dann sowieso Schicht im Schacht. Da müssen wir ein bisschen mehr... Da müssen wir was können. Also, ja, da müssen wir echt was können. Also mach ich gleich mal ein bisschen. Also, auf jeden Fall, das Ganze ist gut. Und wenn wir gerade geleistet haben. Ui, Steiner ist schon ziemlich... ...am Ende. So, Bibi geht es, glaube ich, noch gut mit dem Mana. Dann wäre ich gut, diese 10% der Mana und Steiner zu geben. Ich glaube, der konnte nur sein Leben erhöhen, ne? Wäre aber auch nicht schlecht. Ui, die Dahl ist sauer. Jetzt geht es ab. Ich möchte heilen. Das war der gute Steiner. Eiska! Ah, Klingel! Ja, so ist es auch. Ah, so ein B. Sehr gut. Benicillin erlernen. Sauber! Jarlestein und gute 2000. Wir werden wieder ankleiden. Die guten Zitanen. Äh, was können wir denn? Benicillin, das dann mit dem Schmurdingens ist fertig. Gibt es denn überhaupt noch irgendwas, was du lernen kannst? Nö. Dann würde ich sagen, puh, was geben wir dir dann? Ein Schwarzgurt vielleicht. So. Der Rest müsste, glaube ich, noch okay sein. Was ich brauche, ist, ähm, Mana für Steiner. Äh, warte mal. Vielleicht kann ich da Ability-mäßig was machen. Anlegen. Hb plus Gips. Immer wie wird das? Plus 10, plus 20. Plus 20 wäre eine geile Geschichte. Und was nehmen wir weg? Und Fuss ist nicht so gut. Stein Gips ist nicht so gut. Gips und Doxodos ist alles so gut, wenn es weg ist. Leberabblatt auf alle Fälle. Kannibale, kannibale, maloide. Ich glaube, das. Und tot. Jetzt ist es aus. Nein, ich brauche acht. Acht, acht. Nehmen wir halt aber halt das hier, bis er mehr Level-Ups hat und dann wird es schon gehen. So. So. Machen wir es gut, aber es ist nur Leben-Bus, aber er braucht's. Er braucht's fix. Ability. Lili-Line. Lili-Line. Du tust Steine heilen. Und mit Vita noch den Zitane. Da dürft's schon wieder fassen. So. Gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Ähm, mit Nana. Ich muss jetzt leider ein bisschen, also ich hätte mich Teil brauchen, ne? Ich bin doof. Ich zählt einmal. Wir haben genug Zelte, wir können Zelte jederzeit kaufen. Äh, ich werde aber allerdings wahrscheinlich zwei immer nehmen müssen, weil die nur begrenzt heilen. Die heilen nämlich nicht ganz voll. Das ist gemein. Also auch das Mana nicht. Nicht mehr. Tschü. Wir können eben jederzeit Zelte kaufen, also von dem her ist es eh eine gute Regeneration. Da. Ui. Ui, die Kügelchen. Die waren, glaube ich, nur zu wenig, ne? Von... Von allem. Keine Ahnung, was ist die? Wir haben wieder leer gestiegen, die fließt wieder mit Eis. Wir rufen, die Fliege. Und im Schwert. Würde ich sagen, auch Eis war das gut. Ich hab's nicht gesehen. Und normaler Angriff. Hopper da. So, die Lillimaus. Jo, scheint er schlecht zu sein. Eisgarklinge. Entschuldigung. Jo. Oh, oh, oh. Sechstausend. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jo, gut. Hau mal draus. Alles gut. Sauber. Sauber. Wie wir dahinter gelernt, das gefällt mir jetzt sehr gut, weil es ist gerade der Garnett wieder frei. So, den Opal haben wir bekommen und 2300 Mugeln. So, wir legen an. Wir legen gleich ab. Garnett kommt weg. So, wir brauchen, wir dürfen. Können wir da was lernen? Wie, wie leiden, ist gut unterwegs. Wie geht das Hals durch? Ähm, wir können, er hat, wir haben nix. Da gibt's sicher ein Haufen versteckte Sachen, wenn ich die Gegner richtig besiegt hätte. Vielleicht hätte ich die eine oder andere Waffe bekommen, wo er, ja, alle Fähigkeiten werden hätte könnten. Darf ich sehen, was versaut? Pflichtig. Ja. Huh. Ups. Immer diese Tür. Entschuldigung. La. La la la. Ich kann auch im Kreis laufen. Uiuiuiui. Aber ich glaube, so ist das angekommen. Mal schauen. Ba 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 ra. Ba 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 ra. Ba 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 ba. Ich muss jetzt dann bald mal was zum, äh, was zum, äh, was zum, äh, also was reinstopfen. Ich bekomme Übelchen, muss ich ganz besser. Ähm, ich habe noch nicht geflüchtigt, böse Zoki. Und, äh, neben mir habe ich drei köstliche Scheiben von Apfelbrot. Apfelbrot und ähnliches wie Klätzchenbrot. Wer das beides nicht kennt, könnt's gerne nachgucken. Meine Schwester hat was gemacht. Meine Junge, die Schwester hat das gemacht. Es schmeckt so geil. Es schmeckt so gut. Oho, es schmeckt so gut. Wer sowas halt mag, ne? Wenn ihr... Was mach ich da? Lili. Lili hat da was. Was hat Lili? Was hat Lili? Äh. Was kann sein Fett? Infektionen? Walterian. Oh, es ist ein Waddesmann. Zombie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott. Nehmen wir das mal. Hatsache, es ist ein Geheil ausgesehen. Was mach ich denn da? Eins gar. Kann man die Lili irgendwie heilen? Jo. Ich muss was das schon mal machen. Dann kann man sie noch weiter heilen. Ich weiß nicht, wie ich was, aber... Aber kein Wettbewerb schweigt mehr. Und wie viel. Vielleicht ist das ja hoch zu sehen. Ich bin gespannt, ob sie was kriegt. Ich möchte nicht. Und? Boah, glücklich gehabt. Sie kriegt echt was. Ja, ich finde, er lernt. Das freut mich gerade. Ja. Und sie hat auch was erlernt. Das ist super. 2000, also starke 2500. Ich bin auch sehr zufrieden. Wir tun wieder anleiden. Ja. Aber was? Ich weiß nicht, was er kann ich schon alles. Ähm, da wäre bei Lili jetzt besser. Die ist auch fertig. Die ist auch gleich fertig. Ah, ich hätte das schwere. Ifrit ist erledigt. Gut. Nehmen wir gar nicht. Ich würde gerne den Opal verlieren. Shiva ist schnell erwähnt. Ähm, Ability für Zitane. Kann man dir da was Gutes tun? Die Don-Täubchen. Was kann das für fliegende Monster? Ja. Eigentlich ja. Das eine Fische ist ja fliegend, theoretisch. So. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, yeah. Oh, yeah. Und da ist der Käfer. Ui, der Käfer. Der Käfer. Cool. Das ist gleich viel. Boah. Der Käfer. Insekten-Dings haben wir gar nicht ausgedrückt. Der Stein hat jetzt rausgehauen. Uh, uh. Ja. Käfer sind leer, gesteht. Kälte. Lebt. Boah. Das holt's nur so, ne? Wir rufen die Shiva. In Schwer. Ich fülle es nochmal mit Eis, gar? Schnaufe, das ist das Blut. Ich bin der Wisch. Macht das? Oh, 3000. Ja, und jetzt kommt Diamant-Stauch. War cool. Shiva ist immer leicht bekleidet, das ist normal. Aber wirklich schön mobiliert jetzt auch. Fein. So, Angriff. Geben wir es jetzt mit Feuer. Wusch. Oh, okay, das reicht auch. Sag dich der stark? Wir sind stark. Jo. So. Immer der Gela. Was? Er hat schon eine Infektion gekriegt. Äh, das ist gemein. Wupp, wupp, wupp. Für Lili, Vivi und so weiter. Schwierer der Steiner. Ein Garnett bekommen und 2500 Kill. Das finde ich jetzt aber gerade nicht schön. Blöde Infektion. Muss ich merken, wenn das Deppet ist zuhörig ist. Es gibt keine Anzeige, ne? Dass er jetzt eine Infektion hat. Das ist ein Glück. Oh, warte. Ability. Bei Vivi leiden. Na, 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 na. So. Äh, anlegen. Geht da was? Mit drei nur Autopotion, ne? Was ist eigentlich Konterzauber? Führt denselben Zauber aus, durch den der Charakter Schaden erlitten hat. Ui, ui, ui. Und das da? Angriffselemente der Zauber werden für wirksam. Aha. Okay. So, jetzt habe ich vergessen, Schau. Mana? Steine schon wieder ab da hin. Äh. Ja. Bader los sein. Warte, jetzt hier. Nein. Nein. Äh. So. Bitte zählen. Jo. Bam, ba, ra, baum. Also mit all den Level 45 meine ich auch natürlich die anderen vier Leute, die noch fehlen. Äh. Die haben gesagt, dass wir das hier zwei, drei Parts dauern, bis wir dort hinkommen. Aber ich muss das jetzt langsam mal machen. Ich muss das brav und konsequent eigentlich machen. Eigentlich müsste ich Level 50 machen. Ich werde dann trotzdem probieren, gegen Galant anzustinken. Wird wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, nicht ganz funktionieren. Und bei allem, bei allem Übel, zu allem Übel, wie auch immer, wenn wir dann gegen den Endgegner kämpfen, von dem ganzen Spiel hier. Geschichtlich gesehen der Endgegner kämpfen, da muss ich, da brauche ich, da brauche ich mehr. Da brauche ich viel mehr Level-Ups. Wir rücken Shiba. Da hier Eis so fähkungsvoll ist, denke ich mal, der Shiba auch gut und damage machen wird. Wusch. Jemannstein. Jemannstein. Äh, es ist noch nicht gut. Ich würde sagen, nehmen wir noch mal Eis gar. Gut, was macht's? Ach so, war schon vorbei. Warte, schau. Na, 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 na. Jetzt ist deine Bitterbitte getroffen. Und jetzt stirbt das Viech weg, ne? Ich muss es langsamer machen. Das wird es nicht mehr ausgehen. Das wird es leider verrecken. Ich darf jetzt so draufheizen und muss langsamer machen. Ach, scheiße. Scheiße, das Steiner kriegt wieder nichts ab. Ja, scheiße. Dreck, verfliegst er. Kurze Typen. Kann ich nicht irgendwie im Mund gegen den Scheißdreck machen, ey? Weil er es immer abkriegt. Da. Da. So ein Mist. Da kriegt gar keine Bute, ey. Ich muss langsamer machen. Ich werde auch jetzt mal einen Sparen der Art Titans, sag ich mal. Ich werde das nicht mehr mit auf Eis gar gehen, sondern auf Eis raw. Die mittlere Eisattacke. Das müsste voll und ganz reichen. Aber die da können wir gleich draufhauen. Was war hier? Was war hier? Feuer, glaube ich, war der effektiver, ne? Ich glaube. Oder Eis? Na, Eis war gut. Mit irgendwas 6000 oder so. So, machen wir noch mal Eisgaard. Da darf ich ja. So, machen wir noch mal. So. Das ist auch der gute Steiner. Ich denke mal, normaler Angriff. Mal zwischen früh. Ich habe einen Stau. Boah. Zitane. Jawohl. Oh, das reicht. Okay, wenn Steiner normal draufhaut, ist gut. Mit dem Gegner. Ist gut. Ist gut. Gut Job. Jawohl. Shiva. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Viermal. Und Sachen gelernt. Super. Supi. Das heißt, wir fangen gleich mit Lillimäuschen an. Der Opal kommt weg. Und ich glaube, wir haben so gesehen, erst der Weidel. Gluck, gluck, gluck. Was haben wir da? Mal sehen wir das. Antreflex. Überhasst. Anfeuern. MP plus 20 ist auch nicht schlecht. Was? Dann werden wir jetzt einmal die voraussichtlich letzte Bestia mal lernen, die wir momentan für Sie lernen können. Nämlich meine persönliche Lieblingsbestia. Der Bahamut. Der König der Drachen. War schon immer, seitdem ich das Spiel gekauft habe. Ist immer in diesem Spiel meine Lieblingsbestia. Überhaupt, genau. Das muss ich ja schon sagen. Die Stahlwüstung ist fertig. Die Plattenwüstung bringt sie nichts. Ich bin schockiert. Man, sieh mal ein Kiefer an. Der Countess auch gleich fertig. Wie will nein? Ich bin schockiert. Der hat nur mehr die zu lernen. Der Rest ist schon wieder aus der Mode, oder? Naja. Gut. Lauf, 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 lauf. Müssen wir jetzt mal heilen? Na, geht noch. Lauf, 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 lauf. Also bei dem Augenviech die mittleren Attacken einsetzen, das ist gut. Bei den anderen, die große Attacken einsetzen, das ist gut. Also der da. Ich sag der Augenviech zu dem. Wenn ich schon seit 120.000 Augen hätte ich noch auf dem Sitz. Oder? Keine Ahnung. Ja. Sitz. Jawohl. Ja. Wir haben die Schwerstechnik. Na, bei Steiner werde ich auf normalen... Hoppa, dann schluss. Auf normalen Angreifen, muss ich sagen. Es ist mal genug. Da war Eis effektiv, da werden wir Eis reinnehmen. Und wir werden angreifen. So, Vivi ist auch schon Abend mit Mara. Da muss ich dann auch bald mal schauen. Okay. Glitzka. Ich wollte das mal. Ich glaube da rein. Ähm. Ich kann jetzt gerade die Zehne nehmen, wo gekauft ist. Doch ich kann sie. Warte. Oh, okay. Ähm. Da werden wir mal alles Dingens nehmen. Und dann gegen die Dobsüge oder so. Ja, sie gegen die Dobsüge. Probieren. Das klappt. Okay. Warte. Jawohl, das reicht. Zitane ist ganz klein. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ähm, der gute Titane bekommt jetzt Augentropfen und dann zack und weg ist das zum Malheur. So, Vivi hat schon 47. Es wird Zeit, dass ich die Leute tausche, ne? Aber ich will ehrlich gesagt noch ganz, ganz gern die Fähigkeiten fertig lernen lassen, die sie noch haben. Im nächsten Part wechseln wir die Leute aus. So, Beinhart. Wir werden Beinhart ausgewechselt. So, da können wir Vollgas geben. Da war, glaube ich, ins Feuer ganz gut. Au, Warmut vergessen rufen. Entschuldigung, da war jetzt der E-Fig zu verlockend. Vollgas geht eh nicht mehr. Dann, hola. Da nehmen wir auch den normalen Angriff. Der Steine ist stark. Dann, hola. Und dann, was ist das? Und dann, was ist das? Und dann, was ist das? Weiß da, wie? Wirklich, die zitiere. Ist bei weit nichts zu tun. Huch, alles reicht. Die Steine macht dich fertig. Der Steine haut drauf. Der kann das, mein Lieber. Weg mit dem Viech! Jawoll! Oh nein! Bibi hat den jetzt! Ach scheiße! Wup wup wup! Noch zusätzlich! Ach Mist! Ich hab vergessen schauen! Pfui! Böse Zucki! So! Ähm... Magazin für unseren lieben Bibi, aber der hat eh schon... Der ist eh schon so stark! Der hat eh schon recht viel! So! Die kommen zurück! Wir müssen zelten! Und dann werden wir, glaube ich, noch einen Kampf bestreiten und dann sind wir für den Part ja eh schon fertig! Oder vielleicht Zweikämpfe? Schauen wir mal! So! Das müsste rein! Ab, 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 ab! So! Wir sind wieder frisch geschnolzen und gestregelt! Auf geht's, meine Gegner! So, ja! Ne? Da kommt er ja schon! Oder sie! Jo! Ah, der Kratler wird an! Also mittlere Attacken fehlt! Oh, tut es! An... Angriff! Mit Frosch im Hals! So muss es sein! Die Steiner haut wieder normal drauf! So, was er das kann! So, was er das kann! So, das System aufpassen! So, cool! Wo bist du denn? Mein Kniebär und Bahamut! Ah, eine... Eine fehlt ja noch! Eine Bestia! Okay, dann haben wir schon alle mit ihr! Absorbiert! Absorbiert! Ich muss jetzt schauen, ob wir jetzt nicht mehr zu bekommen haben! Der wird jetzt nicht ausgefasst werden! Das Ding ist, diesen Virus, diesen... Mega-Flair! Ja! Ich mag das so! So muss das ausschauen! Ha, 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 ha! Ja! Bahamut! Yay! Flügelschlag! Ha, ha, ha! Haben wir als Steam... äh... Steam-Errungenschaft bekommen! Okay, genau! Ra, ba, baum! Jetzt werden wir sehen, ob irgendjemand ein Virus... Nein! Ich sehe es! Jawohl! Bra, missimo! Mit leider kein Level! Aber ich gehe gleich mal zurück zum Speichern! Wir machen wieder das Speichern-Verabschiedungs-Mitual! Ja! Machen wir! Haltet euch fest! Gleich fängt es an! Mhm! Hm... Speicherplatz eins nehmen wir wieder! Und äh... Hier! Und ja! Perfekt! Haben wir das auch schon wieder geschafft! Ihr Lieben! Das war's wieder für heute! Jo! Und... Vierte! Nein! Zuerst du Mogel im Vierte! Also, ihr Lieben! Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen! Wünsche euch einen schönen Tag! Einen schönen Abend! Je nachdem, wer das Video schaut! Und wir hören uns beim nächsten Mal! Tschüssi!